Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Heute machen wir das Daily Shop Video Fortnite. Und ja, heute ist Magnus im Shop. Ein Wikinger Skin. Wie findest du den? Ganz cool. 4. Wie viel gibt's denn? 8. 7. Portbearer. Das sieht ziemlich geil aus. 10. 10 von 10. 10 von 10. Echt? Ja, aber ich lippte halt keine Sonsten. Hat nichts ausgebildet. Halbwunsch für den Magnus. Bisschen im Kopf. Mamas Finkel. Vertex. Sieht aus wie eine billige Star Wars Imitation. Ja. Sieht's auch. Ich geb den vielleicht... Ich geb den vielleicht 8 von 10. 7 von 10. Mit dem Ding kannst ich gar nicht anfangen. Ich geb den vielleicht 4 von 10. Irgend so was. Oh manne. Der ist geil. Der ist ganz nice. Den geb ich... 7 von 10. Ok. Auch. Poplock. Ok. Das ist aber durchgelaufen. Ja, wieviel gibts dem? Ist eigentlich ganz cool, der Poplock. Ähm. Ich geb dem Poplock 8 von 10. Ich auch. Perseidor. Feier ich überhaupt nicht. Mit der Picke kann ich überhaupt nicht anfangen. Ne, mit der Picke kann ich gar nichts anfangen. Der geb ich vielleicht... 5 von 10. Ich auch. Nicht wirklich geil. Es soll. 0 von 10. Schlimm. Tryhard Skin. Und... No Skin. 1 von 10. Ok. Au. 10 von 10. Artic Astrocin. Mega geil. Das geht vor allem mit dem Eiszeug. 9 von 10. Stage Dive. 1 von 10. 1 von 10. Ja, machen wir mal 2 von 10. Ok. T-Post. Ist cool. 10 von 10. 10 von 10. Hab ich mir ja gekauft. Ja. 10 von 10. 8 von 10. Ok, warte. Ich hab hier gewonnen. Ich hab hier noch ein bisschen rein.